Alphons Zeileis war ein deutscher Maler, der von 1887 bis 1963 lebte und wirkte. Geboren 1887 im fränkischen Hafenlohr wuchs er in Würzburg auf und studierte in Nürnberg und an der Kunstakademie in München. Dort lernte er unter anderem mit Giorgio Di Cirico, dem Hauptvertreter der metaphysischen Malerei, und Marcos Savizianos. Er war in der Künstlerkolonie Dachau und im Umfeld des Blauen Reiters aktiv. Der Erste Weltkrieg machte einen tiefen Einschnitt in die Karriere des jungen Künstlers und zwang ihn, zum Broterwerb Kunstlehrer in der Pfalz zu werden. In Neustadt an der Weinstraße trat er in die 1922 frisch gegründete Arbeitsgemeinschaft Pfälzer Kunst ein. Er wurde gebeten, neben Hans Purmann und Otto Dill an Ausstellungen teilzunehmen. Seine Bilder wurden von der Kritik mit Kokoschka verglichen. Die Machtergreifung der Nationalsozialisten führte zu schwierigen Entscheidungen, die einschneidende Auswirkungen auf sein Leben und Wirken hatten. Nach dem Krieg wurde er wieder zu Ausstellungen eingeladen. Bis in die 80er Jahre fanden Ausstellungen seiner Werke statt. Er lebt jetzt auf YouTube die Neuentdeckung dieses faszinierenden Künstlers. Er lebt jetzt auf YouTube die Neuentdeckung dieses faszinierenden Künstlers.